Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder los. Jagd auf Rang 1. Die 39. gewertete Saison ist gestartet. Und wir werden natürlich wieder versuchen, den ersten Rang zu erreichen. Wir sind hier unterwegs mit den panasiatischen Premium Zerstörer auf Stufe 7, die Lojang. Und bevor wir ins erste Gefecht gehen, schauen wir uns kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze C-System Mod 1, den Antriebs Mod 2, als drittes Tarn-System Mod 1, als viertes Hop-Batterie Mod 3. Und wir nutzen die alternativen Torpedos mit einer relativ geringen Reichweite. Braucht man aber auch nicht wirklich eine hohe Reichweite in diesem Modus und 72 Knoten. Das ist natürlich einiges. Und als Kapitän nutze ich den Deng Shishang mit der Basisfähigkeit Ein Quantum Trost. Und geskillt haben wir Kontakt steht unmittelbar bevor. Prüfender Blick, aufmerksam, Nebel über den Wasser, als legendärer Skill, unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutzen wir den Erich Bay und den William Sims. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gefecht. So, wir sind im ersten Gefecht für dieses Video. Wir haben schon drei Runden vorher gespielt. Alle drei relativ klare Siege. Wir werden aber versuchen immer, auch in dieser Saison nicht alles zu zeigen, sondern teilweise die Gefechte, die ein bisschen mehr herausstehen. Wo wir gute Gegner haben oder knappe Runden oder je nachdem. Schauen wir mal, was wir haben. Mit dabei wieder der Tactic Angel in der Missouri. Missouri einfach klasse Wahl mit dem Radar. Und der JC Gameplay spielt mit der Mainz. Mainz ist natürlich ultra stark, was die Hop-Batterie angeht. Aki, Zuki im Gegnerteam. Auf jeden Fall ein Schiff, was eine starke Hop-Batterie hat. Außerdem zusammen mit einem Radarkreuzer. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Deswegen habe ich hier direkt schon mal ans Ende vom A-Punkt gezielt, um zu sehen, wie groß das Cap ist. Um dort ein bisschen das Gefühl zu bekommen für die Entfernungen. Das ist nämlich das allererste Mal, dass wir diese Karte hier für gewertete Gefechte haben. Und ja, der A-Punkt ist natürlich ultra riskant. Aber mit guter Positionierung versuchen wir es trotzdem hier den A-Punkt einzunehmen. Obwohl wir hier quasi garantiert in Radar-Reichweite sind. Dort geht es aber natürlich darum, das Radar so gut wie möglich zu meiden. Dieses quasi vielleicht einfach zum Nutzen zu verführen. Und dann quasi erst wieder rausfahren. Schauen wir mal. Der Zerstörer muss dort irgendwo in der Mitte sein. Radarkreuzer ist rechts beim Schlachtschiff. Dort kommen die Granaten her. Und sieht fast so aus, als wenn wir hier den A-Punkt fürs Erste auf jeden Fall bekommen. Geben hier auf jeden Fall schon wieder Vollgas. Beziehungsweise sind wir für den Rückzug vorbereitet. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwelche Torpedes dort treffen. Soweit aber noch nicht. Der Zerstörer ist irgendwo dort zwischen den zwei Inseln. Oder dahinter. Nutzt keine Funkortung. Da ist er auch schon. Haben hier den leicht besseren Tarnwert. Versuchen hier eventuell mit einer Nebel-Sonar-Kombo den Kollegen aufzuklären. Müssen dort aber eventuell aufpassen wegen dem Radar. Okay, so nah läuft. Gehen hier natürlich auf die Akizuki. Da kommt schon wie zu erwarten das Radar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen ausweichen. Dadurch, dass wir aber weggedreht waren vom Gegner, haben wir eigentlich relativ gute Chancen auszuweichen. Bisschen mit der Geschwindigkeit spielen. Bremsen wieder runter. Legen bereits den Rückwälzgang wieder ein. Und dafür, dass drei Schiffe auf uns geschossen haben, bei der vollen Radar-Reichweite auf relativ geringen Distanzen, haben wir nur ein bisschen über 3000 Schaden kassiert. Das ist natürlich optimal. Und die Akizuki ist wieder zurück in unserem permanenten Sonar. Wir können dort jetzt quasi den Job vollenden. Das Radar ist nicht wieder einsatzbereit, logischerweise. Und die Akizuki dort natürlich machtlos gegen das starke Sonar der Luoyang. Auch der einzige Grund, warum ich die Luoyang für die gewerteten Gefechte nutze, die starke Sonar-Reichweite. Selbst wenn der Gegnerische Zerstörer auch Sonar hat, ist es halt eine schlechtere Reichweite. Und man kann quasi so das Sonar halt zum Vorteil benutzen. Ist natürlich ein Support-Zerstörer. Keine Frage. Hat nicht die stärkste Hop-Batterie auf der Stufe. Aber mit guten Teammitgliedern. Wohl die beste Zerstörer-Wahl. Hauen einfach mal ein Torpedo-Fächer Richtung Radarkreuz heraus. Und die Runde ist natürlich, nachdem der Zerstörer draußen ist, entschieden. Deswegen eröffnen wir hier auch das Feuer auf das Schlachtschiff, um dort eventuell den einen oder anderen Brand zu bekommen. Treffen sogar den Torpedo und versenken die Chup-Half auch noch. Tirpitz kann sich hier leider noch mal kurz hinter die Insel verkrümeln, wie es aussieht. Verlängert leider noch mal kurz hier die Runde. Aber der Sieg ist garantiert. Kriegen dort den nächsten Stern. Und werden damit jetzt gleich den, ich glaube, fünften Rang schon erreichen. Wie gesagt, drei Runden haben wir schon gespielt. Klare Siege. Kriegen jetzt hier noch mal einen Brand gegen die Tirpitz. Und draußen ist das letzte Schiff. Kriegen, wie erwähnt, den Stern dazu. Und der fünfte Rang ist erreicht. Gibt natürlich noch ein paar Belohnungen wieder. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins nächste Gefecht. So, sind hier direkt im nächsten Gefecht auf der Karte Tränen der Wüste. Haben hier eine Fletcher, Plymouth und Ziton. Definitiv drei Schiffe, die gut sind in diesem Modus. Von daher könnte die Runde auf jeden Fall etwas schwieriger werden. Gerade eine Plymouth kann uns dort natürlich in wenigen Sekunden komplett runterschießen. Durch die ultra starke AP. Aber auch eine Ziton auf der Karte ist keine schlechte Wahl. Durch das starke deutsche Sonar. Und sekundär Torpedos. Und Fletcher sowieso immer noch ein guter Zerstörer. Hat zwar nicht die besten Verbrauchsmaterialien, aber eine verdammt starke Hopp-Batterie. Von daher definitiv auch ein Zerstörer, den man nicht unterschätzen darf. Wir werden fürs Erste hier versuchen weit zu gehen. Um dort quasi die Aufklärung zu leisten. Und die Plymouth hat natürlich auch ein starkes 9,9 Kilometer Radar. Das heißt, wir müssen dort versuchen vielleicht das Radar herauszubekommen. Ähnlich wie wir es in der letzten Runde gemacht haben. In einer Situation, wo wir uns quasi zurückziehen können. Wo wir nicht zum Gegner hinfahren. Weil dann müssen wir die Drehung machen. Kostet unfassbar viel Zeit. Und wahrscheinlich dann auch Trefferpunkte oder das ganze Leben. Da haben wir schon mal die Plymouth. Nutzt hier auch sofort das Radar. Haben hier aber perfekt einen Weg, den wir nutzen können. Um dort wegzukommen. Wir werden aber doch einiges an Zeit verbringen. Innerhalb des Radars. 1,1 Kilometer müssen wir dort rausfahren. Müssen aufpassen, dass wir hier nicht gegen die Insel fahren. 500 Meter noch. Können soweit aber recht gut ausweichen. Sind jetzt mittlerweile auch außerhalb der Radarreichweite. Und ja, ähnlich wie in der Runde zuvor. Kaum Trefferpunkte verloren durch das feindliche Radar. Keine 3000. Und jetzt ist das Radar natürlich nicht mehr aktiv. Jetzt können wir wieder zurückfahren. Das Gegner-Team dort relativ gut platziert hinter den Inseln. Macht natürlich die Gefechte auf dieser Karte. Durch diese Rieseninsel in der Mitte. Relativ langsam. Das Gute wirklich an diesen 3 gegen 3 gewerteten Gefechten. Mit der vollen Division. Ist halt einfach, dass die Runden in der Regel verdammt schnell zu Ende sind. Im Gegensatz zu Runden mit Mehrspielern. Muss auch dazu sagen. Ich glaube, dass es wirklich durch das Format die gewertete Saison, die mir persönlich am meisten Spaß bereitet. Weil man dort natürlich für gutes Teamplay belohnt wird. Da müssen wir jetzt hier aufpassen. Zieten dort mit dem Sonar wahrscheinlich gerade am Puschen. Deswegen müssen wir hier leider unseren Nebel wieder verlassen. Konnten der Fletcher wenigstens ein paar Trefferpunkte runterschießen. Aber wenn wir dort im Nebel stehen geblieben wären. Dann hätte uns das Sonar wahrscheinlich erwischt. Wo die Zieten gerade drauf zufährt. Hektik hier auch schon ein paar Trefferpunkte verloren. Sind dort aber im Wille zum Wiederaufbau. Falls notwendig. Da kommen auch die Torpedos. Können hier selber leider nicht gerade viel supporten. Weil wenn wir das Feuer eröffnen. Dann werden wir wahrscheinlich beschossen. Aber starke Torpedos hier vom JC. Und die Zieten ist da mit draußen. Und ja, die Runde sollte eigentlich jetzt durch sein. Eine Fletcher. Gut, Plymouth kann definitiv noch so eine Runde im 1 gegen 3 drehen. Das Schiff ist halt einfach unfassbar stark. Aber dementsprechend halt auch nicht unbedingt einfach zu spielen. Und wir haben jetzt hier unser Sonar natürlich in der Runde noch nicht genutzt. Deswegen werden wir jetzt versuchen. Dicht an die Gegner ranzukommen. Beziehungsweise an die Insel. Dann können wir quasi unser Sonar nutzen. Um die Gegner permanent aufzuklären. Aktuell sind diese durch das Radar vom Tactic aufgeklärt. Vorher waren sie aufgeklärt durch das Sonar vom JC. Und wir sind jetzt quasi, nachdem das Radar jetzt jeden Moment auslaufen sollte. Denn mit dem Sonar dran. Radar ist ausgelaufen. Und zack, Gegner wieder permanent alle aufgeklärt. Für die nächsten anderthalb Minuten. Der Fletcher traut sich dort minimal rückwärts. Wir können hier nochmal ein bisschen unsere Hop-Batterie nutzen. Und die Fletcher minimal runterschießen. Die Torpedos können wir natürlich ausweichen. Problemlos. Oh. Sieht so aus, als wenn die Plymouth jetzt hier kommt. Nutzt hier auch nochmal sein Radar. Auf alles oder nix. Und den anderen Fächer raus. Schaffen wir es hier rechtzeitig rückwärts hinter die Insel. Sieht leider nicht so aus. Können zwar hier noch eine Zitadelle mit unserer Hop-Batterie machen. Aber die AP von der Plymouth. Einfach verdammt stark gegen Zerstörer. Spielt aber keine Rolle. Unser Torpedo ist erfolgreich. Die Plymouth damit auch versenkt. Ärgerlich, dass wir rausgegangen sind. Aber nicht tragisch. Sieg war natürlich doch relativ eindeutig. Und der nächste Stern. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Gefecht. So. Und wir sind im nächsten Gefecht. Wieder auf der Karte. Tränen in der Wüste. Diesmal Luoyang auch ein Gegnerteam. Das heißt, unser Vorteil vom starken Sonar dort verpufft ein bisschen. Bismarck auch. Logischerweise mit Sonar und eine Edinburgh. Alles klar. Schauen wir mal. Ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Karte für Zerstörer an sich. Weil diese mittlere Insel macht es natürlich auch relativ einfach für die Kreuzer dort aggressiv nach vorne zu kommen. Ohne dort direkt vom feindlichen Schlachtschiff das gesamte Leben zu verlieren. Das heißt, wenn die Kreuzer natürlich aggressiver gehen können, ist es natürlich auch schwieriger dort als Zerstörer Einfluss zu haben. Wir werden aber auf jeden Fall wieder versuchen, zu Flanke zu fahren, dort dann erstmal Aufklärung zu machen. Außerdem müssen wir natürlich erstmal herausfinden, ob die feindliche Edinburgh die Möglichkeit hat, das Radar zu nutzen. 9,0 Kilometer Reichweite, die es dabei hat. Oder ob er mit Nebel spielt. Wir werden beim Schießen direkt aufgeklärt. Das heißt, die feindliche Luoyang dort definitiv auch im Offenen. Aber Glück gehabt hier auf jeden Fall. Mit einer Salve gegen die Bismarck direkt einen Brand gemacht. Hauen die Torpedos raus, wobei er oder die Luoyang hundertprozentig das so nah anhaben. Aber Bismarck lässt den Brand brennen, was natürlich auch Sinn macht. Man sollte nicht direkt jeden Brand direkt löschen. Dann kriegt man danach wohlmöglich einen doppelten Brand und ärgert sich. So freuen wir uns natürlich, dass die eine Zerstörer-Salve hier über 10.000 Schaden machen wird beim Schlachtschiff. Ohne, dass wir selber was verloren haben. So, der JC auch relativ aggressiv nach vorne gefahren. Da hinten liegt ein Nebel. Das wird wahrscheinlich der Nebel von der Edinburgh sein. Kann natürlich auch sein, dass die Luoyang quasi direkt den Kreuzer dort genebelt hat. Aber ich würde vermuten, dass es dort der Kreuzer war, der sich selber genebelt hat. Trotzdem halten wir nochmal ein bisschen Abstand. Sieht auch so aus, als wenn die Luoyang dort mittlerweile zwischen dem Nebel und der Bismarck ist. Da ist auch die Luoyang. Aufgeklärt vom JC mit dem Sonar. Ja, okay. Dadurch, dass sich die Luoyang jetzt nebelt, wissen wir hundertprozentig, das ist der eigene Nebel von der Edinburgh. Und wir können jetzt hier auch selber nebeln, ohne riskieren, dass wir quasi radart werden von der Edinburgh. Weil er Nebel nutzt. Versuchen jetzt hier nochmal ein bisschen die Luoyang runterzuschießen. Ein paar Trefferpunkte. Radet natürlich nicht. Weil es natürlich nicht unbedingt leicht ist, hier mit dem hohen Schussbogen, den man auch typisch bei amerikanischen Schiffen kennt, auf hohen Distanzen zu treffen. Gerade auf so wendigen Schiffen. Aber nicht so schlimm. Luoyang hat auf jeden Fall ca. die Hälfte an Trefferpunkten verloren. Und wir können jetzt nochmal die Möglichkeit nutzen, und hier den Kreuzer noch zu beschießen. Machen wir auf jeden Fall auch gut Schaden. Können hier auch mal auf die AP wechseln. Wir werden hier keine Citadellen machen, aber 1.000 pro Salve definitiv möglich. Torpedos werden leider nicht die Reichweite haben. 6,7 Kilometer waren halt nur als Verdacht, dass die Edinburgh dichter rankommt. Der JC fährt jetzt hier nach vorne, versucht den Kreuzer rauszunehmen. Annenbra leider aber nicht wirklich die erhofften Citadellen kassiert und mittlerweile auch angewinkelt. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. JC geht hier leider raus. Ich glaube, das ist das allererste Mal in dieser Saison, dass das Gegnerteam das erste Blut bekommt. Von daher müssen wir hier besonders aufpassen, jetzt auch wenn das Gegnerteam, was prozentuale Trefferpunkte angeht, nicht unbedingt weiter vorne ist. Taktik ist noch voll, wir sind quasi voll. Gegnerteam, Edinburgh relativ wenig Trefferpunkte. Bismarck halbtot und auch Lojang halbtot. Müssen jetzt hier aber wieder unseren Nebel verlassen, weil die Bismarck dort ja kommt. Möglich ist so nah, wäre unser Tod wahrscheinlich. Treffen hier aber einen Torpedo. Wichtiger Torpedo-Treffer. Der JC hatte kurz vor seinem Tod nämlich auch einen Torpedo getroffen bei Bismarck. Das bedeutet, dass die Bismarck jetzt eine ganz schöne Zeit lang fluten wird. Edinburgh nebelt sich dort nochmal. Taktik hat dort leider nicht wirklich die Möglichkeit gerade gehabt, sie zu supporten. Weil die Kämpfe, die wir hier hatten, hinter der feindlichen Insel waren. Wahrscheinlich auch der Grund, warum JC rausgegangen ist. Weil das Gegnerteam dort halt einfach einen Eins-gegen-Dreikampf hatte. Taktik wollte helfen, aber konnte halt nicht viel machen. So, die Flutung der Bismarck hat aufgehört. Deswegen eröffnen wir hier schnell das Feuer, um die Bismarck so schnell wie möglich rauszunehmen. Torpedoes hätten unter Umständen auch getroffen. Aber, wer weiß nicht, dass er dort dann noch Wille zum Wiederaufbau bekommt oder sonst was. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Die Edinburgh schießt hier gerade noch auf uns. Hat natürlich auch die gute AP. Und schaltet jetzt beide von unseren Frontgeschützen aus. Das ist natürlich ungünstig. Würde gerne hier das Feuer eröffnen. Müssen aber ein bisschen warten, dass wir weiter hinter der Insel sind. Dass die Edinburgh auf jeden Fall nicht mal auf uns schießen kann. Sollte passen. Frontgeschütze sind gleich auch wieder einsatzbereit. Bisschen Schaden werden wir in die Luoyang reinbekommen. Okay. Oh, die Edinburgh ist in A drin. Das ist ungünstig für uns. Haben aber gleich den Nebel wieder einsatzbereit. Sind hier leider noch vom Schießen offen. Ah, Cassini relativ gut. Safety first. Nutzen wir hier daher den Nebel. Hatten aber einen guten Winkel, um die nächste Salve der Edinburgh abzuwehren. Nutzen unser Sonar, falls dort Torpedos irgendwie kommen. Kafften sie hier leider nicht, die Edinburgh zu resetten. Blind. Können jetzt hier die Edinburgh wieder aufklären, die dort relativ offen sitzt. Leider, wie es aussieht, der Taktik ein Stück weit nach vorne gefahren. Wodurch er durch die Insel in der Mitte jetzt leider nicht auf den Kreuzer schießen kann. Wir können aber vielleicht gleich hier mal die Inseln so ein bisschen gegen den Kreuzer nutzen. Knappes Gefecht hier auf jeden Fall. Gegner-Team. Definitiv den Punkte-Vorteil. Edinburgh macht das jetzt hier auch gut. Leider der Taktik immer noch nicht in einer Position, um drauf zu schießen. Wir versuchen hier den einen oder anderen Schuss über die Insel rüber zu bekommen, ohne dabei selber aufgeklärt zu werden, beziehungsweise nicht schießbar zu sein zumindest. Aufgeklärt waren wir ja. Natürlich hier riskant, speziell weil unser Sonar hier auch in wenigen Momenten ausläuft. Auch hier nochmal die Torpedos raus, aber machen wir hier nochmal das Insel-Spiel. Wenn wir das noch 2-3 Mal machen, sollten wir auch mit unserer Hot-Batterie die Edinburgh rausbekommen. Taktik konnte hier auf jeden Fall den Trojan-Torpedos ausweichen. Das war wichtig. Auf jeden Fall hier mit Abstand die knappeste und spannendste Runde dieser Saison, die wir hatten. Ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze hier auch in einen Sieg drehen können. Okay, die Edinburgh ist nicht rückwärts gefahren, das ist nicht gut. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich rechts um die Insel rumkommen. Deswegen geben wir jetzt schon mal Vollgas und machen uns auf die Flucht. Die Punktordnung zeigt auch hinter die Insel. Da hinten ist auch die Luoyang. Und ja, die Edinburgh dort. Okay, schönen Treffer hier vom Taktik. Auf den Zerstörer nochmal. Wir versuchen hier abzuhauen. Werden es aber nicht ganz schaffen. Aber die Edinburgh müsste auf jeden Fall auch dort nach vorne rausfahren, um quasi uns rauszunehmen. Und ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auch weggekommen. Und der Taktik nimmt die Edinburgh raus. Sehr, sehr schön. Bleibt nur noch die Luoyang übrig, die auch jetzt draußen ist. Schnappe Runde hier auf jeden Fall. Hat auch relativ lang gedauert, aber konnten auf jeden Fall uns hier den Sieg holen. Und damit haben wir den vierten Rang erreicht. Gibt natürlich nochmal wieder ein paar Belohnungen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Gefecht. So, wir sind im nächsten Gefecht. Diesmal haben wir eine ZF-6 im Gegnerteam. Definitiv auch ein guter Zerstörer. Gerade mit dem Nachladebooster definitiv gefährlich. Hat dort aber keinen Zugang zum Sonar. Das heißt, er ist ein bisschen abhängig davon, dass die Cleveland dort mit dem Radar uns aufmacht. Und noch eine Richelieu. Los geht es. Ähnliches Prinzip. Ich werde hier auch relativ aggressiv Richtung A fahren. Es ist natürlich ein riskanter Punkt für den Zerstörer, weil für den feindlichen Radarkreuzer ist es natürlich nicht äußerlich schwierig, dort die Position vom feindlichen Zerstörer zu ermitteln. Oder von uns zu ermitteln. Aber nicht so tragisch. Sind hier auf jeden Fall auch geortet. Das heißt, der feindliche Zerstörer weiß auch ungefähr, welche Position wir haben. Die Funkortung natürlich. Ein einfach verdammt starker Skill. Auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat, aber für einen kurzen Moment die exakte oder ungefähr die Position vom Gegner zu wissen, kann rundenentscheidend sein. Klar kann man sagen, okay, der feindliche Zerstörer ist jetzt auch irgendwo zwischen den Startpunkten und A. Das ist natürlich logisch. Aber es sind halt diese Kleinheiten, die dort vieles ändern können. Richelieu dort am Flankieren. Relativ interessant. Da haben wir auch die Cleveland entdeckt. 9 Kilometer Radarreichweite. Das heißt, wir sind hier noch relativ sicher. Feindlicher Zerstörer dort irgendwo auf der rechten Seite. Versuchen dort quasi unser Schiff auch hin anzuwinkeln. Dass es für uns leichter ist, den Torpedos auszuweichen, wenn die von dort kommen. War mir gerade das Sonar noch ein bisschen auf. Wenn wir ihn aufgeklärt haben. Da kommen auch schon Torpedos. Beide Fächer. Auch ausgelaufen. Und dort ist die ZF-6. Nebelt hier direkt. Scheint aber nicht unbedingt stehen zu bleiben. Interessanter Nebel, sagen wir es mal so. Ich eröffne hier aber auf jeden Fall noch nicht das Feuer. Links das Schlachtschiff relativ dicht. Und die Cleveland dort auch. Wir sind jetzt hier kurz aufgeklärt von der ZF-6. Nebeln uns jetzt hier aber auch. Und nehmen der ZF-6 die Aufklärung. Und er ist natürlich noch innerhalb von unserem Sonar. Torpedos haben wir auch rausgeschossen. Ja und Torpedos sehen hier auch sehr gut aus. Und damit ist die ZF-6 draußen. Die Richelieu versucht uns jetzt hier aber raus zu pushen. Wir müssen versuchen die Richelieu auf mindestens 3 Kilometer Abstand zu halten. Weil eventuell die Richelieu dort das Modul nutzt. Dass er uns quasi auf 3 Kilometern aufklären kann. Das heißt wir fahren einfach hinten aus der Nebelwand raus. Die Nebelwand funktioniert natürlich auch. Wenn man dahinter ist. Oder das feindliche Schiff dahinter ist. Und da Richelieu keinen Zugang zum Flugzeug oder sowas hat. Sind wir eigentlich hier in einer relativ sicheren Position. Versuchen koordiniert auf die Minimap die zwei Inseln anzusteuern. Quasi wo wir gleich hinterfahren können. Wenn er unseren Nebel verlassen wird. Und ja die Richelieu hier richtig hart auf uns fokussiert. Verzweifeltes Blindfeuer hier schon. Und ja perfektes Timing. Er ist gerade aus unserem Nebel raus. Aber wir haben jetzt hier eine Position eingenommen hinter der Insel. Wo er uns nicht beschießen kann. Und der Taktik war es eben auch mit dem vernichtenden Schlag noch gegen die Cleveland. Und die Runde ist zu Ende. Sehr sehr schön. Schönes Positioning hier von uns selber als Zerstörer. Die Gegner richtig gelockt. Und damit den dritten Rang erreicht. Gibt natürlich auch wieder ein paar Belohnungen. Und ich würde sagen wir gehen direkt ins nächste Gefecht. So wir sind im nächsten Gefecht. Diesmal auf der Karte. Nachbarn wieder. Kennen wir ja auch schon aus vergangenen Saisons. Im Gegnerteam haben wir eine Luoyang Cleveland und Missouri. Auf jeden Fall auch eine sehr sehr starke Zusammensetzung. Was die Schiffe angeht. Quasi wir haben eine Mainz. Gegnerteam eine Cleveland. Das heißt Gegnerteam hat definitiv sogar noch den Aufklärungsvorteil. Wir haben aber ein bisschen höheres Schadenspotenzial. Wir werden hier auf jeden Fall Richtung A fahren. Der A-Punkt ist relativ offen. Macht es für uns natürlich relativ leicht dort erstmal ranzutasten. Wie weit sind die Radarschiffe weg? Wo ist der feindliche Zerstörer? Sind interessanterweise hier auf jeden Fall nicht per Funkortung aufgeklärt. Das heißt feindlicher Zerstörer nutzt dort keine Funkortung. Definitiv hier für uns ein Vorteil. Auf der Karte dauert es immer einen kleinen Moment bis die Action losgeht. Aber wir haben gleich das A-Cap erreicht. Die Funkortung zeigt immer noch zur linken Seite. Das heißt der feindliche Zerstörer dort wahrscheinlich auch noch relativ mittig. Macht sich eventuell langsam auf den Weg hier Richtung A. Wir konnten hier schon mal die Missouri aufklären. Aufklären ganz wichtig 9,5 Kilometer Radarreichweite vergisst man relativ häufig bei den Flachtschiffen, dass die Missouri Radar hat. Sind dort aber im sicheren Bereich und dort ist auch die Cleveland aufgeklärt außerhalb der Radarreichweite. Das heißt wir sind hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hauen einfach mal unsere Torpedos Richtung Funkortung raus. Dort wird wahrscheinlich irgendwo die Luoyang langfahren. Überlässt uns hier aber erstmal den A-Punkt. Das nehmen wir natürlich dankend an. Immer ein Auge auf die Missouri. Dass wir dort 9,5 Kilometer mindestens entfernt sind. Und ja die Luoyang definitiv jetzt hier unterhalb des A-Caps. Der JC und Tactic dort relativ ähnlich positioniert zum Gegnerteam. Die Luoyang fährt jetzt hier aber in den A-Punkt rein. Haben hier auf jeden Fall den besseren Tarnwert. Können die Luoyang kurz aufklären. Schönen Treffer hier. Auf jeden Fall auch vom Tactic und JC. Und die Luoyang ist jetzt in die Radarreichweite von unserer Missouri reingefahren. Versucht hier noch zu nebeln. Aber der Nebel wird hier nicht mehr viel helfen. Treffen hier noch ein paar Granaten. Nächste Seil wird in der Luft. Und draußen ist die feindliche Luoyang. Hat dort einmal nicht aufgepasst. Ein bisschen zu dicht rangekommen. Beim Tactic und dann war es natürlich nicht mehr schwierig die Luoyang rauszubekommen. Punktemäßig sieht es natürlich auch top aus. Die gegnerischen Schiffe haben natürlich jetzt auch keinerlei Torpedos mehr. Das macht natürlich jetzt hier die Mainz noch deutlich effizienter. Im Nahkampf wird es schwierig für die Gegner den JC jetzt aufzuhalten. Fahren jetzt hier ein bisschen hinter die Insel. Der JC wird dort die Aufklärung übernehmen. Das heißt wir brauchen nicht weiter aufklären. Und können jetzt hier noch ein bisschen die Trefferpunkte der Cleveland minimieren. Missouri kommt dort mittlerweile auch rum. Halten uns hier immer noch außerhalb der Radarreichweite auf. Macht in der Runde wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr. Und haben hier etwas Spaß mit unserer Hauptbatterie noch. Oh sieht so aus als wenn die Cleveland dort gegen die Insel gefahren ist. Dadurch leider einige Seifen von uns vorbeigegangen. Aber das bedeutet auch, dass er dort wahrscheinlich nicht mehr vom Taktik wegkommt. Und vom JC. Versuchen hier nochmal den B-Punkt zu verteidigen. Belingt uns auch. Sind jetzt hier mittlerweile Radar von der Missouri. Aber halb so tragisch. Konnten sogar noch einen Brand machen. Die Runde ist natürlich längst entschieden. Die Missouri alleine hat dort natürlich keine Möglichkeiten irgendwas noch zu machen. Werden gleich auch einfach weiter schießen. Trefferpunktemäßig sieht es hier richtig gut aus von zum Team. Haben zwar keine Verbrauchsmaterialien. Aber die Missouri wird uns hier nicht in einer Seife rausschießen. Und wenn er auf uns schießt, dann ist das halt so. Mauen hier einfach nochmal ein Torpedo. Werfer raus. Falls dieser überhaupt die Chance hat anzukommen. Weiten können wir uns hier direkt mal sparen. Die Granate reicht. Und die Missouri ist auch draußen. Sehr, sehr schön sauber runtergespieltes Gefecht hier auf jeden Fall. Wir gehen damit den nächsten Stern. Und haben den zweiten Rang erreicht. Sehr geil. Gibt natürlich wieder ein paar Belohnungen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Gefecht. So, wir sind im nächsten Gefecht. Und okay. Sehr interessante Zerstörerwahl. Kagero im Gegner-Team. Definitiv der Zerstörer meiner Meinung nach, der mit Abstand am schlechtesten ist auf der Stufe für dieses Format. Kann funktionieren in Standardgefechten, wenn man von den feindlichen Radarkreuzern und Zerstörern ignoriert wird. Und Flugzeugträgern. Aber in einem 3 gegen 3 Format. Meiner Meinung nach einfach eine schlechte Wahl. Das Schiff bietet keine wirklichen Möglichkeiten, dort gegen gut spielende Gegner was zu machen. Gucken wir mal. Nicht, dass ich jetzt die Kagero so schlecht mache. Und er uns einfach alle versenkt. Will ich aber noch mal nicht hoffen. Ansonsten haben wir eine Edinburgh und eine Bismarck. Mögliches Radar hier wieder. 9 Kilometer. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Letzter Edinburgh hat er das Radar nicht genutzt. Ansonsten Bismarck so nah. Auch gefährlich. Fahren aber auf jeden Fall wieder relativ aggressiv. In den A-Punkt rein. Konnten dort auf jeden Fall schon mal die Edinburgh aufklären. Kagero scheint dort auch noch irgendwo davor zu fahren. Nutzt ja auch keine Funkortung. Das heißt, wir werden dort hoffentlich die Kagero überraschen. Er kann auch nicht viel machen bezüglich besseren Tarnwert. Weil wir natürlich die Reichweite, die er möglicherweise einen besseren Tarnwert hat, halt abdecken können mit unserem Sonar. Das heißt, sofern wir aufgeklärt werden, können wir einfach Sonar drücken und klären ihn auch auf. Hier scheint unsere linken Seite zu fahren, die Kagero. Ein Fächer hatten wir ja schon mal aus Verdacht rübergehauen. Da ist die Kagero. Wir werden jetzt hier kurz aufgeklärt. Nebeln hier nutzen unser Sonar. Und ja, Kagero nutzt hier die Torpedos. Sehen wir natürlich rechtzeitig. Und ist hier relativ frustriert. Versucht in den Nebel reinzuschießen. Aber wir haben hier in den Motor weggeschossen. Hat vielleicht keinen unaufhaltsamen. Und die Torpedos sehen sehr gut aus. Wäre hier auch ein vernichtender Schlag gewesen, hätte er noch genügend Trefferpunkte gehabt. Und ja, wie zu erwarten, Kagero ist halt einfach keine gute Wahl. Sind jetzt hier aber offen vom Radar. Ja, also feindlicher Edinburgh spielt hier wirklich mit dem Radar. Müssen dementsprechend hier erstmal ein bisschen ausweichen. Guter Treffer hier auf jeden Fall mit der Salve. Verschwindet jetzt hier aber hinter der Insel. Bismarck ist dort auch hinter der Insel. Das heißt, das Radar wird hier verpuffen. Wobei die Edinburgh jetzt versucht, sehr aggressiv Richtung Mitte zu fahren. Aber das sollte durch sein. Außer die Edinburgh schafft es jetzt hier irgendwie den Taktik für vernichtende Schlage rauszunehmen. Uns mit der Hopp-Batterie. Das könnte dann nochmal kritisch werden. Wir nutzen hier noch unseren Nebel, um auf die Edinburgh zu schießen. Werden wahrscheinlich gleich vom Sonar aufgemacht. So ist es. Aber der Jay-Z dort auch schon. Von der anderen Seite mit Torpedos. Aber der Taktik Angel hier mit dem vernichtenden Schlag. Edinburgh hat versucht, den Torpedos auszuweichen. Aber der natürlich Breitseite gezeigt gegen den Taktik. Und jetzt ist nur noch die Bismarck übrig. Haben so hart für den A-Punkt hier gekämpft. Kriegen aber nicht immer was von der Basis ab fürs Einnehmen. Schande. Erst den Zerstörer alleine rausgenommen. Danach die Edinburgh mehr oder weniger an den Tod getrieben. Aber spielt ja auch keine Rolle. Bismarck Versucht sich mit seinem besten Freund der Insel Stark zu machen, um die Runde doch noch zu gewinnen. Aber Auch wenn er sich jetzt nochmal heilen konnte, wird das nicht reichen. Torpedos sind unterwegs. Nicht mal mehr notwendig. Taktik Versenkt hier die Bismarck. Und die Runde ist gewonnen. Sehr, sehr schön. Kriegen Den nächsten Stern. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins nächste Gefecht. So. Wir sind Im nächsten Gefecht. Das möglich Letzte Gefecht. Wir sind nämlich Einen Stern jetzt vor Rang 1. Aktuell noch ungeschlagen in der Saison. Falls wir die Runde gewinnen, kriegen wir dort die 100%ige Siegrate. Und wenn wir uns das Gegnerteam anschauen, Fletcher, Amalfi und Brandenburg. Was haben diese drei Schiffe gemeinsam? Genau. Keins von diesen feindlichen Schiffen benutzt ein Sonar. Oder besitzt ein Sonar. Das heißt, wir können hier ultra-aggressiv in den Gegner reinfahren. Unser Sonar nutzen für die permanente Aufklärung und den Nebel, um selber nicht aufgeklärt zu werden. Das werden wir auf jeden Fall auch direkt machen. Wir werden dort volle Kanne ins B-Cap reinfahren und versuchen dort die Fletcher zu erwischen mit unserem Sonar. Falls er dort auch versucht hinzukommen. Amalfi nebelt sich dort schon mal. Wir können hier vielleicht einmal über die Insel schießen hier für die Brandenburg. Und noch eine Salve hinterher. Sehr schön. Ihr dreht hier rein, aber dort ist die Fletcher schon mal. Sehr gut. Wird dort direkt in unsere Arme wahrscheinlich fahren, wie es aussieht. Genau wie die Brandenburg. Da haben wir die Fletcher aufgeklärt. Nutzen natürlich direkt das Sonar. Das heißt, die Fletcher hat jetzt hier keine Möglichkeit mehr zuzugehen. Auch wenn er sich hier gerade noch nebelt. Der JC von der rechten Seite mit der Mainz macht kurzen Prozess. Und damit ist die Fletcher draußen. Nur dank unserem Sonar hat er ja dort natürlich keinerlei Möglichkeiten. Und wir brauchen auch nicht wirklich Angst haben vor der Amalfi oder der Brandenburg. Beide Schiffe haben ja auch kein Sonar. Und das Schlimmste jetzt ist sogar, wir können sogar den Nebel der Fletcher einfach mal gegen das feindliche Team nutzen. schließen die einfach ohne aufgeklärt zu werden. Auch mal mein Torpedo zur rechten Seite raus. Ich würde aber doch stark vermuten, dass die Brandenburg jetzt jeden Moment wieder beschleunigen wird und versucht dort den Torpedos auszuweichen. Würde ich zumindest an seiner Stelle machen. Amalfi geht dort auch rein. Interessanterweise ist die Brandenburg hier einfach nur rückwärts gefahren. Hätte ich den Torpedofächer einfach auf die Linie gesetzt, wäre die Brandenburg wahrscheinlich tot gewesen. Aber das ist halt manchmal diese Mindgames, wenn man denkt, okay, der Gegner, der fährt doch bestimmt jetzt nicht ganz easy einfach zurück, sondern er denkt, dass ich denke, dass ich auf der Linie torpe und er dann quasi dadurch vorwärts fährt, aber dann fährt das drauf nicht. Spielt aber auch keine Rolle. Amalfi dort einfach Breitseite vor den Taktik und JC rausgefahren und die Brandenburg natürlich jetzt hier auch in großen Problemen. Der JC dort mit Torpedos direkt vor ihm und damit ist direkt auch die Runde zu Ende. Kurz und schmerzloses Gefecht und damit haben wir auch wieder den ersten Rang erreicht. Sehr, sehr geil. Gibt natürlich hier auch wieder ein paar nette Belohnungen. Diese Saison hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Abschließend schauen wir uns natürlich wie gewohnt einmal schnell den Wehrpass an. Haben hier 14 Gefechte benötigt für die Saison mit einer 100%igen Siegrate. Also besser geht es hier wirklich nicht. 2000 durchschnittliche Erfahrungen, 32.000 Durchschnittsschaden ist natürlich nicht der höchste Durchschnittsschaden, aber wir haben ja auch eher hier einen Support-Zerstörer gespielt Zerstörungsverhältnis 14,0 Also wir sind ja nur einmal versenkt worden gegen die Plymouth war es glaube ich das war ja vermeidbar aber war jetzt auch nicht unbedingt entscheidend und 14 Schiffe haben wir zerstört also relativ ausgeglichen ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser Saison hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht durch das Format 3er Division in Kombination mit insgesamt nur drei Spielern pro Team das hat das natürlich wirklich sehr abgerundet und man konnte dort wirklich richtig schön Teamplay machen das war auf jeden Fall super und ja ich hoffe es hat euch gefallen wir haben es wieder geschafft den ersten Rang zu erreichen lasst auf jeden Fall ein Like da ein Abo wäre spitze schaut in die Videobeschreibung dort findet ihr mein Twitter-Account mein Twitch-Kanal mein Discord-Server schaut dort gerne vorbei ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute haut rein ciao 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 Oh.